Kann mir mal einer sagen, was in dem Kind da vorgeht? Ich hab ihn gesehen. Er ist auf dem Weg zu dir. Das wird alles wieder. Das wird alles wieder. Es ist so egal, was du willst oder was ich will. Angst, Hoffnung. Angst, Hoffnung. Und dann? Was weißt denn du schon? Dann geht's doch immer nur um dich. Zuschlagen kann jeder. Abwarten. Abwarten ist schwer. Dann geh ich eben. Aber erst, wenn du mir gesagt hast, warum. Warum du mich nicht mehr magst. Das kannst du nicht von mir verlangen. Aber er hat gekämpft in seine Frau. Ich bin kein Mann, der immer einfach fallen lässt. Das Leben taugt einfach nichts mehr ohne dich. Ja. Ja. Amen.